In der folgenden Videoreihe wird die Struktur der deduktiven Unterrichtsmethode am Beispiel des Korblegers im Basketball gezeigt. Die methodische Vermittlung des Korblegers beginnt mit der Demonstration der Zielübungen. Hier wird die Demonstration von einem Schüler übernommen, der die Bewegungsabfolge beherrscht. Der Lehrer kann zeitgleich die Bewegung kommentieren. Das Vormachen hilft dem Schüler, eine erste Bewegungsvorstellung zu entwickeln.